Die Spoiler zu One Piece Kapitel 1085 sind raus und es wird natürlich wieder ganz verrückt. Wir setzen genau da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Nächste Woche übrigens keine Pause. Das ist doch mal eine Sache, ja, nach so einem Kapitel mal keine Pause zu haben. Ist mal was Neues. Ja, sonst gibt es immer eine große Enthüllung und dann ist gerne mal Pause, aber diesmal nicht. Der Titel des Kapitels ist der Tod von Nefertari Cobra. Oder sollte ich sagen, Nefertari die Cobra. Ja, Leute, das ist die große Enthüllung in dieses Kapitels. Die Nefertari-Familie ist natürlich ein Mitglied der D-Familie, beziehungsweise des D-Clans. Und das ist hier eine ganz, ganz große Sache natürlich. Nichts extrem Überraschendes, weil damals, als Doflamingo seine Thronkriegsansprache halt von sich gegeben hat, da hat er gesagt, die Ds werden aus dem Schatten kommen. Ich habe die ganze Zeit gewartet, bis das mal endlich passiert. Jetzt ist es zum Teil passiert, ja, dass auch wirklich mal eine große Familie sich zu erkennen gibt. Und für uns das zumindest etwas Großes ist, dass wir jetzt eine ganze Blutlinie kennen, die halt eine D-Familie war, beziehungsweise ein Mitglied dieser D-Familie. Weil hier wird speziell Familie gesagt. Ist natürlich immer die Frage, was damit ganz gemeint ist. Ich glaube, du könntest das auch Clan nennen. Und das wäre vielleicht irgendwie der bessere Begriff, weil ich nicht denke, dass die alle wirklich miteinander verwandt sind. Also nicht alle irgendwie auf Lily zurückzuführen sind. Blackbeard und Ruffy und Hakuwa, die Saure und sowas. Ich glaube nicht, dass die da alle den Ursprung haben. Ich denke immer noch, dass es eher sowas wie eine Vereinigung war. Aber geht sowieso jetzt in eine andere Richtung. Kommen wir zu den Spoilern zurück. Es ist so, dass dann Imu angreift. Leute, wir haben die erste Attacke von Imu. Und jetzt wird es ganz merkwürdig. Ich muss gleich eine Sache dazu sagen. Und zwar, so wie es hier steht, kann es auch komplett falsch sein. Das sind die Spoiler. Wir wissen, Spoiler lassen gerne mal was so aussehen, wie es nicht wirklich ist. Es wird nämlich hier gesagt, dass Imu, Cobra und Sabo angreift. Und zwar mit einem Schattenpfeil. Mein Kopf spielt natürlich jetzt mal direkt verrückt. Und ich denke mir, schwarzer Pfeil, Schattenpfeil. Sollte das wirklich so sein. Und wir können wirklich visuell erkennen, dass das ein aus Schatten geformter Pfeil ist. Was könnte das mit Blackbeards Kraft zu tun haben? Denke ich direkt. Was könnte das bedeuten? Könnte das bedeuten, dass diese Frucht vielleicht zweimal existiert? Ganz verrückter Gedanke. Wie gesagt, basierend auf etwas, was vielleicht nicht eintrifft. Weil, wie gesagt, diese Zeile ist ein bisschen merkwürdig. Wenn wir schon eine offensichtliche Finsterneskraft haben und eine Schattenkraft mit natürlich der von Moria. Aber jetzt auf einmal dann sowas zu bringen, wird irgendwie ein bisschen zu viel auf der Gegnerseite, wenn es um so schattenhafte Kräfte geht. Und wenn man dann überlegt, dass wir zuletzt auch noch Karasuskraft gesehen hatten mit der Rußkraft, die ja ebenfalls aus etwas Dunklen, aus dunkler Materie geformt wird, ist das ein bisschen merkwürdig. Also ich weiß nicht so ganz, ob das wirklich damit gemeint ist. Es steht hier erstmal und es wird schon diskutiert darüber, was jetzt das bedeutet. Habe ich schon gesehen im Reddit, wo ich kurz durchgescrollt habe, dass die Leute natürlich jetzt direkt denken, oh, noch eine Schattenfrucht oder so. Ich denke mir eben so als erstes, okay, hm, könnte es vielleicht so sein, dass wenn es tatsächlich so ist. Mal ganz rumgesponnen hier, ja. Wenn wir überlegen, dass Roxy selber König der Welt werden wollte und potenziell die Yamiami Nomi schon hatte, die dann letztendlich Blackbeard bekommen hat, der natürlich jetzt eine große Verbindung zu Roxy hat. und Roxy damit König der Welt werden wollte und somit vielleicht wusste, dass es jemanden wie Imu gibt. Vielleicht kann es tatsächlich so sein, dass diese Kraft irgendwann dupliziert wurde. Weil wir wissen, dass zum Beispiel Vegapunk, ja, wieso gibt es das überhaupt, eine perfekte Kopie kreiert hat von der Drachenfrucht. Also du kannst eine Frucht perfekt kopieren, ohne dass es wirklich sowas wie eine Smile darstellt, sondern eine wirkliche eigene Frucht, beziehungsweise eine perfekte Kopie. Und wenn es damals eine hochtechnologisierte Zivilisation gab, die wahrscheinlich noch weit mehr konnte als Vegapunk, dann ist das jetzt gar nicht so übertrieben, oder? Also es wäre eigentlich sogar recht machbar mit all den Faktoren, die wir in der Story haben. Wie gesagt, ich spinne hier einfach nur mal kurz rum. Das ist das, woran ich gerade denken muss, wenn ihr auf einmal steht, Imu greift mit Schattenpfeilen an, ja. Aber wie gesagt, vielleicht kommt das anders. Ich stelle mir einfach eine Sache vor, wenn ich ganz ehrlich bin. Und zwar, da fliegt einfach ein Pfeil. Ganz einfach, ja. Vielleicht hat Imu eine Armbrust oder so, die er benutzt. Was geil wäre. Ja, stellt euch vor, Imu ist ein Schütze. Ey, das wäre das Coolste, was es gibt. Ich habe erst vor kurzem, oder eigentlich immer, wenn ich Usopp behandle, gesagt, ich will mehr schützen. Schützen sind einfach übergeil in One Piece. Gib mir mehr davon. Und wenn der Hauptgegen dann Schütze wäre, ey, ganz ehrlich, das würde ich so lieben. Auch wenn ich mir das nicht wirklich vorstellen kann. Aber ja, tatsächlich ist es so, dass Cobra dann natürlich drauf geht und eine ganz bestimmte Person das Ganze mitkriegt. Und zwar das, was wir uns schon damals denken konnten, als er mit Vivi zusammen das letzte Mal gesehen wurde. Und zwar Warpol. Der sieht das Ganze und rennt dann erstmal weg. Und wir wissen ja, das letzte Mal, als wir ihn mit Vivi gesehen hatten, hatte er Todesangst und hat sich überhaupt gar nicht mehr irgendwie rausgetraut und sowas und will nicht mehr von der Weltregierung irgendwie, ja, gefangen werden oder so. Und das ist seine große Befürchtung. Und da hatte ich ja auch schon angesprochen, da es Warpol sehr wahrscheinlich dieses Geschehen mitbekommen hat. Und das Verrückte ist, Imu bemerkt ihn. Leute, wie verrückt ist das? Imu weiß, da ist Sabo, der von ihm weiß, da ist Warpol, der von ihm weiß oder von ihr natürlich. Kann ja auch, wie gesagt, eine Frau sein. Ja, das dürfen wir nie vergessen. Das ist absurd, Leute. Also, ja, die Zielscheiben, die stehen auf jeden Fall fest, wenn es darum geht, vielleicht mal die neuen Heiligen Ritter loszuschicken, falls die mal irgendwann so richtig aktiv werden. Oder halt, ja, CP-Mitglieder, wer auch immer dafür in Frage kommt. Neuen Heiligen Ritter, da würde ich mir auch schon irgendwann mal gerne eine Offenbarung wünschen oder so eine Enthüllung wünschen. Aber ja, Warpol, der rennt hier weg. Ich stelle mir vor, dass er Tränen in den Augen hat. Und wer hätte gedacht, dass Warpol jemals so eine große Rolle einnehmen wird? Ich meine, das ist schon was Gigantisches, wenn er und Sabo so ziemlich die einzigen gerade sind, die wahrscheinlich ganz oben jetzt auf Imus-Liste stehen, mit Vivi zusammen aus uns natürlich noch unerklärlichen Gründen. Und ja, der rennt dann natürlich weg, aber trifft auf ganz bestimmte Personen. Und zwar auf die CP-Null, die gerade Vivi gefangen genommen hat. Und ich meine, wir kennen den Ausgang. Ja, aber ich bin sehr gespannt, wie er gegen die CP-Null agiert und irgendwie da rauskommt und irgendwie auf Big News treffen muss. Aber auf jeden Fall scheint der Warpol irgendwie Vivi zu schnappen und dann weiterzulaufen. Und dadurch, dass Warpol, das er mitbekommen hat, ist es ja so, dass er wahrscheinlich genau weiß, was Sache ist. Denn Cobra hat noch etwas von sich gegeben und das könnte Warpol gehört haben und das vielleicht teilweise als gewisse Aufgabe haben, was ihn in eine sehr gute Richtung vom Charakter her schiebt. Und zwar sagt Cobra zu Sabo eine ganz wichtige Sache. Er gibt ihnen einen Auftrag und zwar sagt Vivi und Raffi, dass wir von der D-Familie sind. Ja, also damit meint er die Nefitari-Familie. Das soll als Message überbracht werden. Sabo hat somit natürlich eine Aufgabe. Aber Warpol hat das mitbekommen und rettet ja anscheinend irgendwie Vivi. Das ist interessant, finde ich. Das macht, wie gesagt, Warpol, den man als Letztes wahrscheinlich erwartet hätte in der Situation, das macht ihn ganz schön wichtig. Und ja, sollte Sabo nicht schaffen, könnte Warpol das übernehmen. Und jetzt ist die Frage, wer von beiden wird als erstes auf die Strohhüte treffen. Und ja, das ist letztendlich das, was passiert. Am Ende stirbt Cobra mit diesen Worten, die er an Sabo bringt. Und das dürfte dann wahrscheinlich so ziemlich das Ende von dem Ganzen hier gewesen sein. Vielleicht kriegen wir noch ein Kapitel. Eines könnte ich mir noch vorstellen, um vielleicht diese Lücken zu schließen mit Warpol. Ich meine, Sabo geht dann irgendwann ja auch weg mit seiner, ja, Crew, sage ich mal, mit seinen Revolutionärmen, meine ich natürlich. Aber ansonsten ist es das erste Mal. Und ich denke, dass Lili hier diesen Brief hinterlassen hat und wirklich da drin steht, wir sind vom D-Clan, ist für mich einfach ein gutes Insitz dafür, dass diese Theorie, die gerade rum kursiert, dass Imu wirklich Lili ist, also wirklich Lili der Charakter, dass das nicht geht. Weil wieso sollte Imu damals diesen Brief platziert haben, beziehungsweise Lili, der letztendlich komplett gegen die Weltregierung agiert. Ja, also Imus Ziel ist es, die Geschichte auszulöschen. Dann wäre es merkwürdig, wenn man da diese Info über den D-Clan platziert und das dafür sorgen könnte, dass es jetzt ganz schön blöd für die Weltregierung wird. Also würde man ja eigentlich nicht machen. Deswegen, ich denke, meine Theorie, die könnte immer noch stehen natürlich, dass Imu Lili übernommen hat, ja, und das nachdem dieser Brief halt entstanden ist. Und deswegen weiß Imu nichts davon, weil er letztendlich nur den Körper übernommen haben könnte, um halt an Uranus ranzukommen. Aber wenn euch die Theorie dazu interessiert, dann könnt ihr natürlich gerne auch mal ein ausführliches Video dazu schauen. Das verlinke ich euch jetzt hier irgendwo im Bild. Und falls ihr neu sein solltet, dann könnt ihr natürlich gerne den Kanal abonnieren. Ihr könnt gerne Bewertungen da lassen und natürlich auch kommentieren. Denkt ihr, dass Imu wirklich sowas wie eine Schattenkraft hat? Könnte das in die Blackbeard-Richtung gehen? Das wäre verrückt, wenn da irgendwas tatsächlich passieren könnte und letztendlich Sebek die Kopie Frucht hatte. Von dieser Frucht, ja, also etwas, was damals schon in der alten Zivilisation Vegapunk-mäßig entstanden ist und dort ebenfalls eine der stärksten Früchte kopiert wurde, würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, weil das würde dann ein gewisses Foreshadowing gewesen sein, was man halt mit Momonuskis Frucht gemacht hat. Dass man halt eine so enorme Frucht perfekt kopieren konnte, ohne dass es so eine merkwürdige Smile wurde. Also die Möglichkeit gibt es. Und auch wenn Vegapunk nicht wirklich groß mit Logia was anfangen konnte, ist es so, dass vor 800 Jahren, beziehungsweise vor 900 Jahren, vor dem verlorenen Jahrhundert das Ganze vielleicht sogar ganz gut möglich war und vielleicht nicht nur, ja, eine Kraft einmal existiert hat. Und das wäre interessant, wenn es tatsächlich der Fall wäre. Aber das würde bedeuten, dass Blackbeard vielleicht doch schneller abserviert werden müsste, damit wir noch wirklich einen spannenden Schattenkampf dann gegen Imu hatten. Deswegen wünsche ich es mir eigentlich nicht unbedingt. Ja, aber wie gesagt, diese Zeile, die kann ja sowieso falsch sein. Und das erwarte ich tatsächlich auch. Und wahrscheinlich ist es ein normaler Pfeil. Ah, so viel dazu. Bis zum nächsten Mal. Adios. Bis zum nächsten Mal.